The Evil Within Folge 13 und wir gehen in den Keller. Eine rote Tür. Das... Ich würde doch gerne mit der Kamera ein bisschen mehr spielen, aber... In den engen Räumen ist es doch schon ein bisschen sehr hakelig mit der Kamera, bin ich ganz ehrlich. Aber ich schaue mich doch erstmal hier um. Wie geil! Nein! Okay, das ist voll. Da haben wir noch ein Streichholz. Hier sind überall Käfige. Was mag in den Käfigen drin gewesen sein? Verdammt. Was haben wir hier? Eine neue Waffe? Great Shot. Stand da drauf? Tatsache. Great Shot. Wow! In so einer riesigen Packung. Ja, die Packung war ungefähr so groß. War so eine Patrone drin. Naja gut, man soll ja die Videospiel-Ironie nicht in Frage stellen. So. Entwickelt da einer Fotos? Oh, ein Kontrollpunkt. Das heißt nie was Gutes. Hallo, ich bin der Foto-Inspektor. Das lohnt es sich wohl anzuschauen. Oh, hier liegt wieder Munition. Boah, wir kriegen so viel... Alter Falter. Alter Falter. Ich sag doch, hier hat jemand Fotos entwickelt. Boah, das sieht jetzt voll aus wie Saw. Ich glaube, in dem Spiel wurde alles verbaut. Das sind alles... Sind das Frauenbilder? Nein. Was sind das alles für Bilder? Auf jeden Fall Gesichter. Gesichter sehe ich. Zähne. Frauenbilder. Da sind die Augen ausgekratzt aus dem Bild. Alter. Boah. Boah. Boah, diese Physik-Engine. Merk... Ich glaube, da kommt was. Was da kommt... Höh. Höh. Hey. Was, was? 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 Alter, das ist unsichtbar. Oh, oh. Alter, der ist unsichtbar. Wow. Oh, oh, oh. Du musst keine Angst haben. Alter, der ist unsichtbar. Oh. Alter, hau drauf. Gib ihm auf die Frisse. Nein. Alter, wie kann der... Alter, geh mal duschen. Geh zu bleiben wäre Selbstmord. Das sollte natürlich... Das... Das... Aber... Ich hab mich selbst erschrocken. Ich hab mich selbst... Wir müssen los. Hier lang. Ah, er erholt sich ein wenig. Wenn er so ein bisschen im roten Bereich ist... Vom... Äh... Von seinem Leben. Ich werd ihm anzünden. Alter. Was ist das denn? Alter, unsichtbare Gegner, die ihr kaum siehst. Ey, das gibt's doch nicht. Das glaub ich ja jetzt nicht, ne? Oh, Hagel. Alter, der war unsichtbar und den hab... Ey, den hab ich partout kaum gesehen. Ich hoffe, ihr habt den besser gesehen wie ich. Aber ich hab den kaum gesehen. Bin ich mal ganz ehrlich. Ähm... Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Ich glaub, das Medikit mal nehmen. Sind aber auf jeden Fall Nebenwirkungen, wenn man das nimmt. Oh, oh. Sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben, wenn ich ein großes Medikit nehme? Nebenwirkungen, nicht im Kampf benutzen. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Leslie. Wer zur Hölle sind sie? Nein! Nicht hinterher! Was zur... Doktor? Leslie? Fuck. Hehe. Also ist es doch der Ruvik. So wie er heißt. Der Typ, der heißt Ruvik. Aber wer ist das? Und... Gehen wir überhaupt richtig? Der Doktor sagte, wir sollten nicht in die Richtung gehen. Oh nein. Ich hasse solche Rätsel. Oh, diese Rätsel mit diesen unendlichen Gängen. Wie habe ich das früher bei Silent Hill gehasst? Alter, habe ich mich erschrocken. Alter. Alter, habe ich mich... Boah, ich habe... Was geht hier vor? Ich habe voll die Gänsehaut. Das gibt es gar nicht. Alter. Mach doch nicht so eine Kacke mit mir. Ich bin doch noch jung. Ich bin viel zu jung zum Sterben. Okay. Haben wir unsere Waffen? Haben wir aber noch. Oh, da ist ein Schalter. Boah. Da ist eine Riesenfalle. Ich sehe es gerade. Da ist auch ein Schalter. Da ist was zum Sammeln. Fuck. Oh, da liegt wahrscheinlich einer drin. Boah. Boah, ist das eklig. Da ist eine Leiter. Okay, hier sind überall Schalter. Hier kommt überall was aus den Wänden. Boah, das sieht aus wie ein Alien. Boah. Boah. Mmm, lecker. Mmm. Ich werde diesen Schalter mal betätigen, um mal zu schauen, was passiert. Na, super. Und der steht wahrscheinlich auf. Na, toll. Das können wir doch wahrscheinlich anzünden, ne? Ah, okay. Ich wollte doch schon gerade sagen, das ist doch wahrscheinlich eine Ölspur. Die können wir doch wahrscheinlich auch nutzen. Hier kommen wir nicht raus. Oh. Will ich hier lang? Hey. Da ist eine Bombe, eine Mine. Aber hinten lag auch noch was, ne? Aber es sieht förmlich danach aus, als würden wir oben eh da in die Richtung kommen. Nein, Mann. Ich drücke mal die falsche Taste, verdammt. Fürs Schleichen. Hier geht es nämlich mit der Leiter nach oben. Boah, Alter. Wo sind wir denn hier? Ah, Moment, 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 Moment. Das ist doch wahrscheinlich die Tür. Wenn ich den Raum jetzt richtig analysiert habe, müsste das die Tür sein, wo die Falle ist. Ja. Duck dich, duck dich, duck dich, duck dich, duck dich. Ich geh doch nicht so weit in den Raum. Boah. Was sind das alles für kleine Partikel? Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Diese Partikel sind auch hier in dieser, in dieser Welt. Also kann das doch gar nicht die richtige, ist vielleicht die richtige Welt, die Welt mit der Frau? Aber jetzt glaube ich da auch nicht mehr dran, weil das, was wir da erlebt haben, war auch nicht so real. Oh, okay. Wie kommen wir denn da hinten hin? Da ist auch ein Schalter. So viele Wege. Ich glaube, wir werden mal... Äh. Hä? Kommen wir gar nicht mehr zurück? Achso, klettern. Ich vergesse mal, dass er auch klettern kann. Ich werde mal die Bombe eben entschärfen. Oder? Ach nee, lassen wir sie mal dran. Vielleicht können wir die ja gut gebrauchen. Dürfen wir nur nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Aber dass das Spiel jetzt so schnell die Wendung nimmt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir laufen da noch so ein bisschen in diesen Dörfchen rum. Aber nun gut. Oh, was? Oh, okay. Ja, 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 ja. Boah. Das ist aber gemein. Das ist doch bestimmt, wenn du den Schalter betätigst, geht doch wahrscheinlich das Fass da. Boah, nee. Das ist doch voll wie Jigsaw, ey, mit den Fallen. Also wer den Film Saw nicht gesehen hat, sollte sich den auf jeden Fall reinziehen. Da war das auch so gemein mit den Fallen. Da zog man am Hebel und da passiert... Ich möchte ungern da oben den Hebel ziehen, bin ich ganz ehrlich. Also... Ich trau mich da nicht. Gut, wir haben vorhin Kartenfragment 7 gefunden. Aber immer noch kein 1. Das heißt, wir haben 1 irgendwo liegen lassen. Heißt das jetzt, wir können die Karte gar nicht... ...herstellen komplett, wenn wir 1 nicht haben? Da ist auch eine Falle. Steht der Typ auf? Nee, ne? Gott sei Dank. Oh, die müssen wir, glaube ich, entschärfen. Oder? Die können wir gar nicht entschärfen. Boah, wie das hier aussieht. Der hier könnte auch mal... Ich zum Kammerjäger mal kommen. Boah! Was? 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 Was war das denn? Was? Was? Was war das denn? Was war das? Was war das denn? Muss ich mir eine Aufnahme selber nochmal angucken, wovor ich mich da erschrocken habe? Ich weiß es selber gar nicht. Toll, ich würde die Kiste ganz zertrümmern, aber dann geht die Mine an. Ich glaube, ich werde es mal entschärfen. Boah! Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Das war schon auf dem Strich, glaube ich. Alter, war das knapp. Natürlich. Natürlich. Warum nämlich? Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun? Wow! 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 Alter! So viele. So viele. Zu viele. Zu viele. Zu viele. Alter, zu viele. Zu viele. Zu viele. Viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele. Oh, nein, 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 nein. Wow, der Dicke tanzt. Yeah. It's dancing, it's dancing, yeah. Boah, was ein Stress. Nun gut, jetzt haben wir wenigstens schon mal... Ah, da ist noch eine Kiste dahinten. Jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wofür der Raum war. Haben wir ja eigentlich relativ gut gelöst, muss ich ja mal sagen. Äh, haben wir denn noch was jetzt waffenmäßig? Können wir was herstellen? Oh ja, wir können... Ne, Blendbolzen will ich nicht. Nein, fuck, jetzt habe ich den auch noch hergestellt. Äh... Ähm... Normalen Bolzen. Und... Ach, da braucht man unterschiedliche Teile für. Ach so. Guck an. Äh... Ähm... Genau, und den Explosivbolzen. Da werden wir jetzt erstmal den normalen wieder ausrüsten. Die stecke wieder nach unten. Die kommt wieder nach links. Die Flinte ist leer, oder? Ja, die Flinte ist leer. Okay. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Sesam öffne die. Hehehe. Hehehe. Warum geht mir grad so ein kalter Schauer über den Rücken? Alter, wie das hier aussieht. Hier könnte doch echt mal... Tine Wittler kommen und mal... Okay. Und mal ein wenig hier... Oh, ich mach die Wohnung schön. Jaja. Höh... Ich erzähle das nur, um mich zu entspannen. Hehehe. Boah, alter... Könnt ihr das eigentlich sehen? Meine Kinderhaut? Sieht man das? Alter. Alter, Falter. Um 0.36 Uhr sag ich nur. Immer noch Aufnahmesession nach der Let's Play Live Show nach. Alien Isolation. Ruvik hieß er, ja. Woaw, wats! Umeh... Umeh... uaa... Uaa... uah... 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 Boah, bist du hässlich. Boah, bist du hässlich. Oh, 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 lauf, lauf. Hallo, wieso rennt er nicht? Oh, oh. Alter. Alter, Alter, geh sterben. Geh sterben. Oh. Nein, 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 nein. Aua. 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 Äh. Boah, ich hasse solche Viecher. Boah, da krieg ich Albträume von. Boah. Ey, die ist ja noch schlimmer wie... Wie The Grooge. Äh, 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 der Film. Oder, äh... The Rigon. Äh, das ist so eine Mischung aus Grooge und Sering. Wo die Kröte so die Treppe runterkommt. Krr, äh, äh. Alter. Was? Ist klar. Ähm. Ja, kratz den mal ruhig, äh, so ein bisschen am Schädel. Denn ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt in einer weiteren Folge. Boah, Alter. Ist die jetzt nicht die Alte? Äh, in einer weiteren Folge. Let's play The Evil Within. Und ihr seid immer noch dann dabei. Alter. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.